ARTSTONE Hey Dries und Michi, es ist der Martin Beimec und ich weiss, ich weiss, ich habe noch etwa 10'000 Videos versprochen aber irgendwie ich habe einfach nicht möglich, ich kenne das Wochenende und so, das mache ich einfach nicht und ja, jetzt spielen wir halt wieder mal Hearthstone, das super Spiel, wo alle momentan im Fluchen sind aus dem einfachen Grund, weil die Meta noch beschissener soll sein als sie vorher war, wenn man mal auf Tempo Storm geht, das ist da Profi-Spielerei-Nazis Hugu-Haga Dinge, wenn man da schauen geht, ist der Agro-German, der Renolog vom Warlock und die Piratenkriege Pirate-Warrior sind die absolut das Besten ja, und irgendwie wird die Meta gespielt, ich natürlich als Arschloch auf den Zug ein aufgumpen und spiele ein wenig Pilot-Warrior und alle die, die mit Hearthstone nichts zu tun haben kann ich wahrscheinlich nicht lustig machen aber es macht eigentlich noch ja, es macht Spass ich glaube das kann man schon sagen immer noch je einfacher es wird umso besser, dass die Noobs wie ich einen bin umso besser ist das Spiel für mich aber es könnte schon sein, dass der ein oder andere Scheisse findet so, also Pirate-Warrior, was ist der Grund? er muss eigentlich relativ schnell gehen und der Gegner muss kaputt gehen so hier meine Hange finde ich super das ist super, das ist sympathisch sind wir dabei so und ich will natürlich angreifen, angreifen, angreifen angreifen schnell wie möglich hier Haken, Münzen Deck so und jetzt kommt noch der John Cena hier rein jetten wumm einfach gib ihm den Bütz dass der hier ein Problem hat das ist eigentlich oft gesagt meine Aufgabe möglichst schnell und zwar Damage draufzubekommen reinholen fuck you mit dem Scheissdrack einfach kaputt machen richtig schön weisst so, was nehmen wir da? ja sicher Bord baby Bord Scheiss drauf wir gehen drauf scheisse go face gar nicht studieren einfach reinjetten es geht um nichts einfach reinholen der 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 muss sich denken scheisse was ist das? was läuft hier? ich kann nicht mehr ja du 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 heilen das tut dir gut das macht dich sympathisch das ist immer schön schau jetzt haben wir da so Stösse bringt mir aber nichts wenn ich Dinge habe kann ich hier nicht angreifen aber komm Scheiss drauf hm fuck it we go face we go face einfach keine studieren mehr Diener Understand den Graben zu Schön bist du hier, mich auf 1, nicht studieren, einfach 3 hätten, hoi, salut, schön bist du hier, gut, immer gut, komm, da holen wir ihn rein, so, zack, bumm, ja, tada, 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 und ich gewinne, und ich gewinne, wenn er nicht Rino hat, gewinne ich, yeah, 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 wuuu, i gewinne, 3, 2, 1, und du, ja, und ich habe gewonnen, yeah, Freude herrscht, so spielt man Hearthstone, und ich bin ein verdammter Profi, zack zum, tschüss, au revoir, und gewonnen, jetzt habe ich noch irgendetwas abgeschossen, haha, ja, und jetzt begreifen wir vielleicht, warum momentan ein paar Leute angepisst sind, weil es echt braun zu einfach ist, braun zu einfach, der Piraten Warrior, wirklich, me go face, me go face, und schon gewünscht, ne, ja, ja, ich spiele jetzt noch ein wenig weiter, aber ohne euch, euer Marc, euer Vimec.